Spiegel nicht mit dem Teufel. Wie, du willst mit Debbie reden? Und wenn sie mir irgendwas sagen will? Es wird Zeit, es hinter sich zu lassen. Ihr müsst noch einmal spielen. Ist außer uns noch jemand hier? Okay, das macht mir tierisch Angst. Dieses Ding, es verfolgt uns. Hallo? Ouija. Wir spielen nicht mehr! Jetzt im Kino. Wir spielen nicht mehr! Wir spielen nicht mehr! Wir spielen nicht mehr!